Hm. Ich finde eine Untergrund. Kann man nicht einfach im Auto bleiben? Soll ich jetzt echt diese Stunde in eine Richtung laufen, oder was will das Spiel jetzt von mir? Ja, mach ich kein Ding. So bis zur nächsten City jetzt hier. Das sieht doch eigentlich vielleicht ganz überspringend aus, oder? So ein alter... Ich weiß nicht, was das jetzt genau war, aber... Achso, wir haben uns auch einfach direkt dafür entschieden. Auch gut. Ja. Soviel zu du am Essen. Ja, gut. Ja, scheint schon ein etwas länger... Ja. Könnte ein Freizeitpark sein? Ja, ein alter Freizeitpark. Ja, wer möchte nicht gern nachts in einem verlassenen Freizeitpark bei dem wir da rumchillen. Wäre ja viel zu einfach. Das ist ja nochmal Location, was? Was gefunden? Nein. Nichts, wo wir übernachten können. Ja, das wirst du hier doch wahrscheinlich auch... Guck dir das doch mal an, was hier ist das... Ja, das wird hier genauso sein. Ach, zu wenig? Nicht zu kaputt oder zu? Ich weiß nicht. Okay. Gut. Also einfach nur zu... Alles klar, bis gleich passiert. Nicht zu wenig oder so. Na, nee. Nicht zu kaputt oder so. Nein, das ist zu wenig. Ähm... Okay, mit dem rede ich glaube ich erst später. Hier fällt alles auseinander. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Ja, ich merke das schon. Ach, Mannu. Aber ich wollte vielleicht noch unter Achterbahn fahren. Oder... oder... Riesenrad. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Da kann ich wahrscheinlich rein, aber ich möchte erst... dann doch, glaube ich, mit dem reden. Alles klar, BB. Wie? Schön, dass du was gefunden hast. Ich hab hier auch was gefunden. Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Wir haben alle einen Mordspaß. Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Wir haben alle einen Mordspaß. Alles klar. Oh. Okay. Warum ich das jetzt frei wische, weiß ich auch nicht. Da steht doch bestimmt auch nichts anderes drauf als bei dem anderen, oder? Nee. Ja, gut. Dann lass uns mal dahin gehen, wo das Spiel möchte, dass wir hingehen, ja? In die Kanone rein. Guten Hungerpass hier. Alles klar. Viel Spaß hier im Lörck. Let's go. Dann nehmen wir mal zum guten Luther. Tut mir leid, dass ihr euch lange abwarten lassen. Ich mach das. Okay, cool. Da muss ich das nicht machen. Na bitte. Das wirkt total einladend, so als wenn man da auf jeden Fall reingehen möchte, finde ich. Wir werden nichts besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ich mach ein Feuer. Oh, lesen. War sehr spannend, ja. Ich würd sagen, gucken wir uns erstmal, gucken wir uns auch mal ein bisschen um. Wenn er grad in die Richtung geht, gucken wir mal hier in diese Richtung. Ich versteh mal nicht, warum die das auch wieder zurück auf den Boden legen, weil ich mein, die könnten das doch auch rein theoretisch sinnvoll woanders hin tun. Ja, mach ich doch gerade. Also ich muss beide tasten, okay. Jetzt bekommt ich leider ein kleines Piratenbett hier. Warte mal, was ist die zweite Aufgabe? Nicht so. Warum soll ich seine Tasche überprüfen? Aber okay, kann ich ja machen, nachdem ich das Bett verurteilt hab, ja? Alice? Alice? Ich weiß nicht, ich möchte jetzt irgendwie nicht so, wenn jetzt, ja, irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das komisch, wenn ich jetzt einfach in seine Tasche reingucke. Also... Der Ort wirkt echt super sicher, ne? So ein alter, verlassener Freizeitpark. Richtig gut. Das ist ja da nichts zu sagt, ne? Aber naja, gut. Gut. No. Ja, zu Alice hatten wir eigentlich sowieso immer ein gutes Verhältnis. Haben wir uns eines Tages wie Sie? Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Genau wie Sie. Wie alle anderen. Dass wir beide zusammen sind, das ist alles, was zählt. Das ist irgendwie kein schön hergemachtes Bett, aber es ist immerhin eins, ja? Ich habe Nummer eins gar nicht gelehrt, ich habe es einfach gemacht. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Eine Piratengeschichte. Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Es war einmal ein Einhau, das... Nein! Nicht so eine Geschichte! Eine nur für mich! Es war einmal ein kleines Mädchen, Das allein in einem großen, alten Haus lebte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Der Schatten, der in ihm lebte, machte es unglücklich. Dann... traf es einen Roboter. Der auf Gehorsam programmiert war. Aber dieses Mal... nicht mehr gehorchen wollte. Die beiden beschloss, zusammen wegzulaufen. Um ein besseres Leben zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber... Sie hielten zusammen... ...und konnten so alle überwinden. Unterwegs... trafen sie... ...einen anderen Roboter... ...der seinen Meister verließ, um sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Na komm. Es ist ein Kind. Man darf es nicht vergessen. Wir hatten den Ort ihrer Träume... ...und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Leben. Aber in echt ist das nicht so. Doch! Kichlaus, Kind. Hat mich entlarvt. Morgen liegt wieder ein sehr langer Foto. Kommst du und sagst mir bitte... ...und du nachts ein bisschen? Ja. Ja, natürlich. Ja. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Ach du arme Kerl! Die haben seine Pizza anbrennen lassen! Das ist natürlich nicht so gut! No. Kann ich vorher noch was angucken? Warte mal. Das ist halt mit dem Reden. Ich möchte hier nichts überstürzt. Einfach mal ungeschehen lassen. Das ist ja blöd. Nee, aber ich kann jetzt nur mit ihm reden. Hauptsache es schmeckt. Ich wollte gerade sagen. Guten Hunger an dir. Ja, gell? Ja. Sie ist sehr tapfer. Ja. Weißt du schon, was du machen willst in Kanada? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Ich war ja noch nie frei. Frei. Mir gefällt, wie das klingt. Aber ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Es schneit noch. Das wird ein weiter Weg. Wir sollten früh los, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. Kara. Ist dir jemals... ...was aufgefallen? An Alice? Nein, worauf willst du hinaus? Man! Wir haben gerade geschlafen. Nein. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe! Hab keine Angst. Wir tun uns nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Hallo! Hi Jerry! Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Die Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für Sie. Etwas Lustiges. Bitte gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Komm schon, Kara! Ja, gut. Ich glaube, du hast keine Wahl. Dann... Dann geht's um! Dann geht's um! Dann geht's um! Let's go! Ins Piratenland! Ist zwar kalt, aber gut, wenn sie unbedingt möchte, die Gute, ne? Oh, darf sie Karussell fahren? Och, wie cool. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Oh, da geht doch gleich irgendwas kaputt, ey. Obwohl, ich würde es eher gönnen, ne? Die hat echt viel Mist mitgemacht und das ist doch eigentlich echt schön. Ich liebe diesen Moment, die Stimmung ist so cool. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Was ein schöner Moment. Doch, das war ein richtig schöner Moment. Das war cool. Ja, konnte sie ein bisschen Karussell fahren in dieser traurigen Zeit, die sie gerade durchleben muss, ne? Das muss auch echt hart für sie sein. Aber richtig cool. Dann guck's hier. Wie viel cool ist das?